ja hallo ich wollte euch heute hier mal ein lkw zeigen mit einer arbeitsbühne die arbeitsbühne ist bis zu 26 meter ausziehbar und für zwei personen schaut euch einfach mal den lkw an wenn ihr die bilder genauer ich ansehen möchte dann drückt einfach auf die pause taste und zu euch an Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020